Die Continental Arena mit Leben füllen. An den Tagen, an denen nicht Fußball gespielt wird. Das ist die Aufgabe der RBB, der Regensburger Badebetriebe, die für den Betrieb der Continental Arena verantwortlich ist. Insgesamt 233 Veranstaltungen haben das Team der RBB gemeinsam mit dem Caterer Partyengel im Jahr 2016 hier durchgeführt. Am vergangenen Mittwoch hatte die RBB zum Jahresauftakt 2017 Kunden und solche, die es noch werden wollen, eingeladen. Der Geschäftsführer der RBB, Manfred Koller, zog dabei eine durchwegs positive Bilanz des ersten vollen Betriebsjahres in der Continental Arena, was Tagungen und Veranstaltungen anbetrifft. Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf die Veranstaltungen hier in der Continental Arena. Wir hatten fast jeden Tag etwas im Haus und das ist auch unsere Aufgabe. Ich glaube, wir haben mit der Continental Arena einen wunderbaren zusätzlichen Veranstaltungs- und Tagungsort für Regensburg gewonnen. Von festlichen Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagen bis zu Business-Meetings. Die Räumlichkeiten in der Continental Arena sind ebenso vielfältig wie außergewöhnlich. Also in den Feedback-Runden haben wir schon ein sehr positives Urteil bekommen, muss ich wirklich sagen. Kompliment an unsere Mannschaft und an den Caterer. Verbesserungen wurden gewünscht bei technischer Ausstattung. Da haben wir deutlich nachgelegt beim Equipment. Und auch Gesamtpakete im Angebot zu haben, wo man einen Preis hat und das gesamte Paket buchen kann. Und auch da haben wir nachgelegt. Insgesamt haben hier im abgelaufenen Jahr über 20.000 Besucher getagt, gespeist und gefeiert. Und das in ganz unterschiedlicher Größe. Von fünf Teilnehmern bis 900. Viel Arbeit für die insgesamt sieben RBB-Mitarbeiter in der Continental Arena. Und die Wünsche fürs neue Jahr? Dass das Gebäude wieder so gut gefüllt ist wie 2016. Das heißt zwischen den Spieltagen möglichst viele Veranstaltungen hier. Die Räumlichkeiten sind wunderbar, hochflexibel, Architektur passt. Und insofern wollen wir das so fortsetzen, wie wir es in 2016 auch gemacht haben. Der Jahresauftakt 2017 hat einmal mehr gezeigt, wie außergewöhnlich und kurzweilig es ist, in der Continental Arena schöne Stunden zu verleben.